Heiliger Leer, Meerschweinchen! Ich meld mich munzerig. Ihr seid Meerschweinchen wie Sunschwas und ich bin wieder da, ich war ein paar Tage weg. Das hat seinen Grund gehabt, ich war ziemlich depressiv. Ganz einfach, weil ihr wisst ja, ich bin am Umziehen, ich komm hier endlich weg, find ich so geil. Ehrlich, ne, find ich geil, ja. Aber auf dem Wohnungsmarkt ist nichts los und ich hab auch nicht rechtzeitig was Neues zu finden. Aber wie man mir glaub ich halt auch merkt, mir geht's besser. Warte mal, guck ich mal ein bisschen Wohnungen an. Und da hab ich voll die Hoffnungen. Echt, voll die Hoffnungen. Weil, ähm, der Typ hat zwei Wohnungen, der will man sie unbedingt beide zeigen, obwohl eigentlich eine Detmallung, also was ist eine Detmallung? Melon, ich baue eine Wohnungen, ja. Sollte ich mit zwei, aber... Ja, okay, er will mir unbedingt beide zeigen und was weiß ich. Er find's irgendwie voll cool, dass ich einen Jobs an der Kohle krieg, weil der weiß aber nicht, dass er sein Geld regelmäßig kriegt. Und... Haustiere sind kein Problem. Noch Kabel-Ausschluss hab ich jetzt ganz vergessen zu froh gewesen, Internet. Aber hey, zur Not, ja, ich krieg irgendwann ein Internet, das krieg ich mir schon nie. Äh, jedenfalls, ich bin wieder relativ gut drauf. Echt, gut drauf. Ja, heute am 15. Januar, ne. Heute, 15. Januar, ist 2015, weiß ich auch. Weil heute am 15. Januar, da kommt man nämlich eigentlich auch noch zu was, was ich unbedingt in dem Video noch loswerden will, ja. Also heute am 15. Januar, da hat mein guter Letzkumpel und mir ist mein Schöner, der ist einer von euch, also einer von uns, ja. Heute Geburtstag, nämlich der Max. Und von daher an der Stelle, hey Max, alles Gute auf Geburtstag. Ich glaub, du warst 29, stimmt das? Weiß nicht, ich hab auf Facebook, doch, ist kein Scheiß, also, ich hab da nochmal weggemacht, ich weiß nicht, ob da das recht wär, ja. Aber ich hab auf deiner Facebook-Seite geguckt und da steht ganz fett geboren, am 19. Januar, am 15. Januar. Aber wann jetzt, also was war Joa, steht nicht dabei, hab ich dich grad im Chat gefragt. Kam die Antwort zurück, saugeil, hehehe. Und ich so, war geil. Im ersten Moment so. Ja, also ich hab da runter gescrollt, das war ja ein bisschen Scrollarbeit. Oh, das hat wieder gesummt, das hat wieder gesummt, das hat wieder... Es ist schon ein Running Kick, ja, ich weiß, aber ich kann auch nichts dafür. Ja, ich scrolle da und irgendwie das Ding, wo du so schnell scrollen kannst, ging bei mir nicht. Also da hab ich doch eine Minute lang an dem Rädchen gedreht und gedreht. In dem Moment, wo ich da ankomme, blub. Ich so, jawoll, jetzt wo ich's gefunden habe, jetzt schreibt er mal. Ja, aber weder hab ich's gefunden, weil steht da da nicht noch Schlussgeschritte. Aber ich glaub, du warst 29, stimmt das? War nicht, egal wie alt du bist, auf jeden Fall. Alles Gute auf Geburtstag von mir und ich, mein Vater ernst. Und Leute, ihr wisst jetzt auch, warum ich ein paar Tage Pause gemacht hab von YouTube. Ich war einfach fertig, ich war einfach depressiv und auch da gelegen. Ich war teilweise Bewegung, so wie ich hab einfach Panik auf der Straße zu lernen. Da war ich in meinem Leben schon zweimal und, nein, nicht noch einmal. Vor allem, weil, meine Jungs, ihr wisst ja, mein Kater und mein Zweigernischt ist. Nein, also, wann ich die verliere, dann, nein. Ich hab mal schon überlegt, soll ich radikiv fressen oder mal den Fern in die Warn schmeißen. Keine Angst, macht mal nix. Aber die Gedanken sind in meinem Kopf gekommen und das hat mir irgendwie Angst gemacht, weil ich das ja aus Glaubensgründen schon ablehne, mich selber wegzumachen. Aber, also, ihr braucht echt keinen Kopf. Ich wollte nur sagen, ja, das wäre nicht so gegen was den letzten Tag. Und deswegen gab's keine Videos. Aber jetzt gibt's wieder Videos. Also, ich denk, dass die Woche auch noch was kommt. Also, natürlich, morgen hab ich auch schon mal anderes zu tun. Und, jo, aber, morgen, morgen auch ist Freitag, ne? Samstag oder Sonntag. Ja, vielleicht tun wir auch noch einen Tag noch Sonntag. Zwischen Sonntag und Montag könnte man theoretisch auch noch einen Tag einbauen. So, ja. Keine Ahnung. Vielleicht so, ja. Wäre Möglichkeit, vielleicht. Keine Ahnung. Äh, jedenfalls, ja. Ich bin wieder da. Ich bin zurück. Und, jo! Big Shoutout nochmal an Max. Bisch. Einfach meine coolste Fans ever. Mein Lieblings-Fan auf Facebook. Auch eine Scheude. Danach kommt der Ray. Aber erst kommst du. So sieht's aus. Alles klar. Bis dann. Ciao.